So, da ist noch ein grünes, hässliches Vieh. War sogar in die Wand geschossen. Nein. Dem was war da gebröckelt. Ah. Oh, dann besser. Das war den Viechern echt gut. Au. Uua. Was wäre ich in die Raketen rein? Der ist das Problem. Die will rote. Die hatte ich auch noch nicht. Ja. Sehr schön. Das wird mir langsam irgendwie ein bisschen langweilig hier. Ich meine, es ist ja nett, wenn es fünf Minuten anhält, aber das geht echt zu weit. Ich glaube, wir sind in die Idee aufgegangen. Was machen wir denn jetzt? Fangen wir mal zwei Millionen Gegner auf eine Ebene. Passt schon. Ich kann sagen. Man kann das Spiel doch so in die Länge ziehen. Hier gab es noch viel zu wenig Bosskämpfe. Wie viele hatten wir jetzt? Zwei? Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube, da gibt es noch mehr Gegnerhorden. Da gibt es noch mehr Gegnerhorden. Schreien und sahen. Ich möchte nicht angeschwitten werden. Ich auch nicht. Tu doch was. Sie kommen von hinten. Kommen wir von hinten? Auch noch. Mit der Kürbiskopf. Ich kann den roten abschießen. Oh ja, ich kann. Kaplan. Lass dich nicht in die Ecke drängen. Kämpfe. Sei stark. Kämpfe doch. Geh mir nicht. Das denn? Das war... Fast wäre ich getroffen worden. Oder ich glaube, ich bin sogar getroffen worden. Das ist aber noch eine Serious Bombe. Ah ja. Die kannst du beim Bosskampf hernutzen. Hast du auch noch eine? Ja. Warum hast du keine, warum ich so viele? Keine Ahnung. Ich habe die alle bei diesen komischen roten Wirbelvieh eingesetzt, meine ich. Dem ersten Mal. Also alle verbraten? Kann sein. Ich wusste ja nicht, warum sie benutzt. Alles drüber gedrückt und dann... Oh. Oder war noch mal eine gute Munitionskiste. Oh, eine Rüstung. Den haben wir sehr viele Sachen reingeschoben. Schau mal, da kommt Gegner. Wie unerwartet. Jetzt sehen wir was Neues. Siehste? Fällt dir nichts ein. Hab ich mir gedacht. Gibt ja nichts Neues in dem Spiel. Da kommen Gegnermassen, da kommen Gegnermassen und da kommen nochmal Gegnermassen. Oh, die sind nervige Viecher. Ich schieße es einfach mal irgendwie dreisterweise rein in die Menge. Okay, da bist du mir auch in die Flinte gelaufen. Ja, Dito. Es ist mir egal, ob ich sterbe. Ob ich mich selbst töte oder nicht. Es ist mir egal. Jetzt hab ich keine Munition mehr für den Raketenwerfer. Den Flammenwerfer. Den Flammenwerfer. Oh, sie haben mich getötet. Ich schiebe auf die Roten. Die sind am nervigsten. Was macht das? Wenn ich daneben schießen würde. Stirb. Zum Halb. Hinter dir ist was. Jetzt gehe ich mal weit vorne. Weit vorne gehe ich jetzt mal. Tolle Zeit. Mach jetzt Kamikaze. Oh. Jetzt hast du mich erwischt. Au. Schöne Explosion. Okay, irgendwie hab ich immer versucht vernünftig zu spielen. Jetzt ist es mir gerade egal. Oh, da kommen wir von einer Seite schon wieder. Ja. Oh. Da sind sie tot. Nein. Jetzt können sie nicht mehr von einer Seite. Ja, richtig. Dann können sie nur noch von vorne. Ich glaube sogar, ich hab noch eine. Sieh noch einen ganz kleinen runden Punkt bei der Bombe. Ja, ich hab die zum Beispiel nicht mehr in der Leiste. Dann hast du wohl doch da eine. Ich meine, die ist jetzt weg. Das war die Kanonkugel. Doch, doch, das sind halt alle. Oh nein. Kann ich nur wechselt. Aber das war's wert. Tja. Oh. Na endlich. Da scheint es weiter zu gehen. Oh, das ist Ende. Au. Das kommt dabei raus von meinem Snipergewehr. Dann zoomt und ich sieht, ob was auf ihn zukommt oder nicht. Komm schon wieder von allen Seiten. What? Oh, ich hab mich ja schon wieder erwischt. Aber wie gesagt, langsam ist es mir egal. Das ist mir jetzt nicht am Ende. Oh, ich hab mich ja schon wieder erwischt. Ich hab mich ja schon wieder erwischt. Ja, wenn wir jetzt... Was ist das denn? Das sind auch Kanonkugeln. Kanonen? Kugeln. Kanonkugeln. Oh, hoho, aus den Mündern, komm, Kanonen, guck mal. Kann man die abschießen? Oh, da guckt noch einer aus dem Fenster. Who is this? LOL, guck mal, guckt gar keiner aus dem Fenster, das ist ein Hintern. Geheimnis, Power-Up aktiviert. Das war ein Hintern. Warum, Bakker? Ja, dann laufen wir mal durch hinein jetzt. Das war der nackte Hintern einer netten Dame. Wo wir wissen, dass das ein Armbar war. Da so aus. Dann gehe ich mal davon aus. Ich meine, dieses Spiel ist reine Ballerei, das ist mehr was für Typen, um jetzt mal Stereotypen zu bedienen. Stimmt. Tür socken. Gefällt mir nicht. Huhu. Das ist ja wie eine nette Idee. Ja, in der Tat. Kann man schon durch die Tür? Na. Wollen wir durch die Tür? Nein. Kann man die kleinen Viecher in Brand setzen? Ja. Oh, man kann ja gleich ganz da rüberspringen, ist ja widerlich. Sieht sich jetzt da in Brand. So habe ich den Flammenwerfer. Sonst fast nie benutzt. Hä? Oh. Hi, Guys. Hier, ich habe fast kein Leid mehr. Da gibt es doch noch was. Das fiel jetzt schon wieder her. Ach, komm mal da. Ich sterbe einfach, das war auch nicht hier. Sorry, doch. Boah. Boah. Au. Das ist mir tot. Ich auch. Ich habe mir die Beine abgesägt. Tschsch. Ah. Ich glaube, ich gehe immer wieder. Hilfe. Nein. Ich komme nicht mehr weg. Oh, oh. Oh, ich habe in einem Flug gestorben. Schön. Das sieht auch toll aus, wie die Hüpfen. Oh. Die können aber schön springen. Au. Ich bin eben genau vor die Flinte gehirrt. Au. Jetzt können wir nicht auf, um zu springen. Na, super. Ah. Ich will nicht mehr. Ah. So, und flinkt noch einer. Und tschüss. Mal kurz gucken. Das sagt uns die taktische Datenkarte, Dingenskirchen. Absprungflächen. Nein. Sahan. Oh, wirklich? Ja. Oh. Ähm. Och, nö. Langsam nervt das. Ich glaube, man darf hier nicht stationieren bleiben. Ich füge von einer Runde. Lalalala. 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 Oh. Jetzt habe ich die Tittenspechte zerlegt. Hahaha. Es gibt schlimmere Tote. Aha. Hast du sie alle erwischt? Weiß ich nicht. Ich glaube, die Grünen sind mir alle geschossen. Jetzt ist gerade ein Tittenspecht bei mir. Na, geh mir von der Pelle. Hübsch. Sie sind ja immer noch am Leben. Ja, die war die ganze Zeit hinter mir, die solle Kuh. Mistvieh. Meine Gliese. So. Oh, die Tür geht auf. Bei den Göttern. Nein, ich will mit rein. Ah. Fangiert endlich mal der Endkampf. Uh, das ist aber... Oh. Hübsch. Geht mal noch aus dem ersten Teil. Flammenwerfer. Oh, ein Boss. Geht denn? Das ist der selten mal am Bosskampf. Ich wäre so schnell tot. Ist ja lächerlich. Und ohne Ads? Der kommt ganz alleine. Nee, da. Hat er was gespawnt. Er teilt sich, glaube ich, wenn er stutzt. Aufpassen. Jetzt. Ja. Oh, da kam noch so ein riesiges Vieh. Au. Au, Mann. Die Orangen sind da ganz hinten. Habe ich gesehen. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. So, die sind weg. Fall um. Ich bin mal die Kanone. Äh, 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 äh. Kannst du auch andere Geräusche machen? Ja, super. Brühe mir ins Gesicht. Solltest du mal was gegen deine Mundfäule tun, Junge. Oh, da fällt er. Oh. Hässlich. So, was sagt uns jetzt unsere Metriska? Ne, Metriska. Also, mal eine Riesenblutlache. Heiliges Blut. So, so. Oh, ja. Da kannst du in Blut baden. Das ist ein reines Blut. Der möchte ein Blut baden. Oh, ho. Da lachst du, ha? Da lachst du. Na, nein. Der ist ein interessanter Wortwitz. Ja, ich weiß. Oh, ho, ho. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich meine, das sieht schon gut aus, aber dann wird wieder irgendwas folgen. So. So was hat immer folgen. Das Spiel schickt einen gar nichts. Durch die Pampa latschen, die jetzt. Da kommt man angelaufen. Äh. Oh. Guten Tag. Sie wollen uns von der gehaftigen Kathedrale abhalten. Sie werden es nicht schaffen. Oh, die kommen eigentlich schon überall angelaufen. Ich bin einfach mal nach vorne gelaufen. Ja, damit du gleich mit dem Rücken zur Wand stehst. Wollte eigentlich die Statue loswerden, aber kommt man irgendwie nicht drauf oder so. Ja, nimm einen Rock'n'Longer und Baller einmal drauf. Na, au. Au. Kann es sein, dass der Himmel da dunkler wird? Ja. Und es gewittert. Oh, nein. Ist das etwa ein schlechtes Omen? Schlechtes Wetter gleich schlechtes Omen? Nein. Nicht in diesem Spiel. Warum kommen die alle so einzeln an? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020